Neuer Mann für Annelina Jolie? Ein Insider packt jetzt aus! Hat sie jetzt einen neuen oder nicht? Es liegt bereits anderthalb Jahre zurück, dass das Hollywood-Traumpaar Annelina Jolie, 42, und Brad Pitt, 54, seine Trennung bekannt gab. Seitdem wurde viel über neue Liebschaften beider Parteien gemunkelt. Doch vor allem in der letzten Zeit tauchten immer wieder Gerüchte auf, dass gerade Anni einen neuen Mann an ihrer Seite haben soll. Jetzt räumte ein Jolie Bekannter endgültig mit den ewigen Spekulationen auf. Zeit für eine neue Beziehung? Ein Insider plauderte nun mit dem Magazin Peerble über aktuelles Liebesleben und versicherte besonders deutlich, sie datet gerade absolut niemanden und sie wird auch niemanden daten. Klare Worte. Doch womit tut sich die Schauspielerin so schwer? Die Quelle verriet weiter, dass sie seit dem Beziehungsaus nicht einmal über einen neuen Mann nachgedacht hätte. Vielmehr habe sie gerade ganz andere Dinge im Kopf, sie will sich nur noch auf ihre Kinder konzentrieren und bei ihnen sein. Sie hat keinerlei Interesse am Dating. Neben ihrem Job als Vollzeit-Mami versucht sich auch als Dozentin. Seit September vergangenen Jahres gibt der Tomb Raider-Star sein eigenes Seminar mit dem Titel Frauen, Frieden und Sicherheit an einer Londoner Elite Uni.